Was uns manche Probleme bereitet, ist das Aufstehen aus den Polstern. Dies ist eine gute Stabilität, dennoch müssten wir einen etwas größeren Weg überwinden. Das heißt, wir stützen uns auf die Lehnen, versuchen hier hochzukommen oder rutschen nach vorne, stützen uns auf den Oberschenkel. Oft fehlt aber jetzt die Kraft im Oberschenkel und im Gesäß, um mich aufzurichten. Rückwärts ganz genauso, auch wenn man da etwas zittrig ist oder nicht genau sich traut, sich nach hinten zu lassen, sieht man oft dieses Reinfallen in den Sessel, was nicht so optimal ist für die Wirbelsäule. Und hierfür gibt es eine wunderbare Lösung in diesem Sessel. Ich greife rechts zur Fernbedienung und mit einem Knopfdruck bringt mich der Sessel in D-Position, aus der heraus ich am einfachsten aufstehen kann. Man sieht jetzt sehr gut, dass der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper größer wird. Das heißt, ich brauche nicht so viel Kraft zum Aufstehen und bestimme selber, in welcher Höhe ich den Sessel verlassen möchte. Bei der höchsten Position angekommen, ist es ein leichtes, quasi ohne Kraft anstrengen, auf die Füße zu kommen und ich kann quasi im Stand schon gehen. Beim Hinsetzen ist es ähnlich. Die Sitzfläche des Sessels kommt mir frühzeitig entgegen. Ich kann bequem Platz nehmen, mich ganz zurücksetzen mit dem Rücken an die Rückenlehne und werde gut gestützt wieder in die Position gefahren, in der ich mich am wohlsten fühle. Dieser Sessel unterstützt mich nicht nur beim rückenfreundlichen Aufstehen und Hinsetzen. Er hat weitere Funktionen. Möchte ich ganz bequem sitzen, betätige ich den Fußauszug, auch wieder mit einem leichten Knopfdruck. Ich bestimme, wie hoch meine Füße gefahren werden sollen. Auch die Rückenlehne lässt sich absenken, sodass ich in eine angenehme Position komme, zum Beispiel zum Fernsehschauen. Ist mir noch nach mehr Ruhe, kann ich das Ganze auch noch weiter bewegen, sodass ich in eine Ruheposition komme. Wir haben hier etwas getan für unser Herz-Kreislauf-System. Wir haben die sogenannte Herzwaage, das heißt, die Blutzirkulation geht sehr schön im Körper jetzt voran, die Bandscheiben entlasten und nach einer kleinen Ruhephase in dieser Position bin ich frisch und munter. Herzwaage, das heißt, die Blutzirkulation geht sehr schön im Körper jetzt was, so ich habe hier in der fits husbands. Wir haben die Blutzirkulme geknäu, bis alle Untertitelung des ZDF, 2020